Früher brauchte man einen eigenen Schalter fürs Licht, einen für die Jalousie und einen Thermostaten für die Heizung. Diese Zeiten sind nun vorbei, denn jetzt gibt es den Ibrex Cello. Mit dem Cello können Sie das Licht aus- und einschalten. Die Jalousie hoch- oder runterfahren. Und die Temperatur nach Ihren Bedürfnissen einstellen. Alles mit einem und demselben Schalter. Doch das ist längst nicht alles. Sie können den Ibrex Cello mit Ihrem Wi-Fi-Netzwerk verbinden. So können die Schalter miteinander kommunizieren. Damit können Sie, von jedem Cello aus, alle Jalousien in der ganzen Wohnung schließen. Oder alles Licht auf einmal ausschalten. Zum Beispiel wenn Sie das Haus verlassen. Und wenn Sie gerade nicht in der Nähe des Schalters sind, können Sie Licht, Jalousie und Heizung sogar von Ihrem Handy aus bedienen. Das funktioniert auch auf Ihrem Tablet, PC oder Mac. Hier können Sie sogar Ihren gesamten Wohnraum auf einem übersichtlichen Grundriss verwalten. Zudem stehen Ihnen viele interessante Smart Home-Funktionen zur Verfügung. Mit der Anwesenheits-Simulation sorgen Sie beispielsweise dafür, dass Ihr Zuhause auch während den Ferien bewohnt aussieht. Eine der wirkungsvollsten Einbruchspräventionen. Mit der Schalttour können Sie Ihre Jalousien am Abend automatisch schließen und am Morgen wieder öffnen lassen. Mit den Energiesparfunktionen tun Sie etwas Gutes für die Umwelt. Und mit der Szenen-Funktion bringen Sie das Licht immer in die richtige Stimmung. Dazu benötigen Sie kein Bussystem, keine spezielle Installation und keine Zentrale. Alles was Sie brauchen ist der Ibrex Cello-Schalter. Und weil der Cello genau gleich angeschlossen wird wie ein normaler Lichtschalter, lässt sich jeder normale Lichtschalter, Jalousie-Schalter oder Heizungsthermostat auch ganz einfach mit einem Ibrex Cello ersetzen. Ideal also zum Nachrüsten. Wenn Sie aber neu bauen, dann kriegen Sie mit dem Ibrex Cello sogar ein Smart Home zum Nulltarif. Denn die Anschaffungskosten für den Ibrex Cello sind nicht höher als für normale Lichtschalter, Jalousie-Schalter und Heizungsthermostate. Und weil keine spezielle Installation nötig ist, entstehen keine weiteren Zusatzkosten. Der Ibrex Cello passt dabei in alle 60 cm Schalter-Systeme. Damit steht Ihnen eine riesige Auswahl an verschiedensten Rahmendesigns zur Verfügung. Und der Cello passt genau zum Design Ihrer Steckdosen und Ihren anderen Installationskomponenten. Vorbei sind also die Zeiten, in denen ein Smart Home aufwendig und teuer war. Jetzt geht es den Ibrex Cello, ein innovatives Schweizer Produkt von Ibrex, Ihrem Partner fürs intelligente Haus. Ibrex Cello Ibrex Cello Vielen Dank.